Wir unterbrechen das laufende Programm für eine offizielle Drohung der Vereinigten Staaten von Amerika an das Autoland Deutschland. Den Bürgern der USA liegt der schonende Umgang mit der Natur am Herzen. Manipulierte deutsche Volkswagen haben mit gefälschten Abgaswerten unsere schöne amerikanische Umwelt kaputt gemacht. Es reicht. Uns Amerikanern liegt Mutter Natur am Herzen. Wir werden daher in Zukunft ausschließlich Fahrzeuge aus US-amerikanischer Produktion kaufen. Wie zum Beispiel das meistverkaufte Auto der USA im Jahr 2014. Der Ford F-150 mit knackigem 380 PS, V8 Motor und einem durchschnittlichen Verbrauch von mindestens 14 Litern. Oder der Ram Pickup mit 5,7 Liter V8 Otto Motor, 396 Pferdchen unter der Haube. Und wenn man ein bisschen aufs Gas tritt. Weit, weit über 20 Liter Verbrauch. Amerikanische Autos. Nicht manipuliert. Der Umwelt zuliebe. Der Umwelt zuliebe.